Willkommen in hollywood In hollywood, na nochmal sein da Was haben wir denn jetzt vom Held ausgewählt? Ah, hier nimmt die da wieder Verteidigung, okay Keine Konstruktion, keine Tanks, keine Höhe Okay Was ist das? Oh je Irgendwo ist immer 2 Uhr mittags Angreifer in 30 Sekunden erwartet Mal kommen die von hier ran Was haben wir noch? Na, da wird noch schon was gesehen, ja Da wird noch schon was gesehen, ja Trink mal die Hofer und schnappt euch den Punkt Ooooooh Das war nichts, ich hätte da oben bleiben sollen Ja gut Genau jetzt Feuer rein gelaufen Ah Gott Ja ich bin wieder da, wo geht's denn hier raus? Ohohohoho, heil die Fracht auf, ok. Nehmen wir mal da hochschwind. Oh man! Eieieiei. Noch mal von vorne. Noch mal von vorne. We don't make her here. Ja Leute. Kann man da irgendwie hoch? Weg hier, weg hier, weg hier. We don't make her. Hat dir mal ein kleines Geschenk gefallen? Oh man ey. Was ist aber zu zweit? Hier einmal da. Geladen und entsichert. Oh oh. Ohhhh. Warte, geh mal aus von mir. Oh man ey. Die Fracht nähert sich ihres Ziels. Oh man ey. Nee. Das ist nichts. Ja das war klar. Die Fracht nähert sich nicht. Wenn's mit den Blot zu gehen. Das ist krass. Die Fracht nähert sich. Doch mal. Auf. Eiwelle. Sieh. Nein. Nichts. Ach. Ja. Ja. oh mann das ist übel ja ich muss halt erst üben nicht wahr üben den wollte er echt gar nicht oder den terpian ich habe den jetzt ich habe denn das ist ja ich will ich will den solcher ich will die wieder mega wieder dazu will ich scharf schützen na gott ein schuss ein treffel ach du ja nehmt Ah, hier ist mir schon wieder schlecht. Angreifen, okay. Ah, wieso bin ich jetzt schon wieder unten da? Der Kampf ist jetzt aktiv. Ah. 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 Kommt her und bleibt euch stabilisieren! Was ist denn jetzt passiert? Klasse! Wieso kann man nicht da hoch? Was ist denn da so scheiße? Wieso kann man nicht da hoch? Was ist denn da so scheiße? Was ist denn da so? Was ist denn da hoch? Mann! Versuch's da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen! Also muss ich gucken... Also nochmal... Das ist die Infrasicht... Das ist meine Spinnenfahne... Giftmine... Das ist eine Zeit zu handeln! Dr. Mercy in Begleitschaftsdienst! 5...4...3...2...1... Weg hier! Weg hier! Oh mein eh! đi... ковann... Speedx rein... Nogmal von vorne! Und... Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wo war ich stehen geblieben? Nicht schon wieder da. Wie geht's? Was? Es ist ein Geist, aber es ist ein Geist, das ist ein Geist, das ist ein Geist. Hanzo! Stets! Stets! Shove it up! Oh je, oh je! Oh, oh, oh! Ich hab dich in die UC! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist ja Hammerdor! Okay, machen wir mal Schluss. Was haben wir denn? so verlassen zwei lootboxer haben wir nicht was haben wir denn da drin in der lootbox zack 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 was ich jetzt rauskomme spray spray skin spruch spruch ist schon mal gut oder wassermelone ach nimmer das das ist ok noch eine na was haben wir denn hier nein nein das gefällt mir so was ist denn das hier spray vorschau ach nee das ist schon mal zu wirklich was ist denn das was wird mir jetzt angezeigt oh gott nein 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 zurück was sind eigentlich die highlights ok das war mein video maker ok Nein. Zurück. Ich muss einmal eine neue Übung machen gegen die KI, einfach um das besser in den Griff zu bekommen. Mittler im Spiel, oh Gott, fangen wir gleich an, leicht ist schon okay. So, Spiel gefunden. Ah, okay, Gibraltar. Teamzusammenstellung ist wichtig, ein ausgewogenes Team, das war ja klar. Was nehme ich jetzt hier? Ich habe, ne, ne, die habe ich noch nicht gehabt. Was haben wir denn noch alles? Ne, Tank ist nicht mein Ding. Defensiv, offensiv. Mit der Tresor müsste man. Zu viele Scharfschützen, oh gut. Zu viele Defensive. Oh je, oh je. Was haben wir denn noch? Keine Tanks. Na gut. Heute sind wir alle Soldaten. Was haben wir? Taktisches Visier. Okay, Sprint. Biotisches Feld. Zum Heilen. Helix-Raketen. Alles klar. Wo geht's jetzt hier raus, hallo? Wo geht's jetzt hier raus, hallo? Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Angriff. Wir winden. Explosieren Sie die Tracht. Indizieren. Wo, 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 wo. Was ist denn das? Was war'n? Abiotisches Feld, war eh. Abmarsch. 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 Die Wachheit hat den Chef gerade erreicht. Nah, jetzt haben wir, ich wie gleich, da. Dass wir was die Schnitz noch ist? Achtung! ich bin ich bin oh 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 Taktische Notwendigkeit. Zu meiner Zeit hätten wir die Fracht längst abgeliefert. Ja, ja. Okay. Wo sind die Krells? Ich sehe es ja gar nicht, ja. Oh, einer. Jetzt werde ich mit geschlossenen halten. Ja. Ja. Okay. Die Fracht nähert sich ihrem Ziel. Die Fracht nähert sich. 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 Die Fracht nähert sich.